Hallo, ich bin der Christian mit K. Ich komme aus Landau in der Pfalz. Ich bin gerade auf dem Freakstalk und ich möchte jetzt gerne den Psalm 98 vorlesen für die YouTube-Volksbibel. Der trägt den Titel Double Time Rap. Ich weiß zwar nicht, ob ich das hinbekomme, den Double Time zu rappen, aber ich werde jetzt ihn auf jeden Fall mal so vortragen, wie ich ihn interpretiere. Schreibt Gott neue Rams, neue Verse, neue Strophen. Schreibt Gott neue Oktaven, neue Lieder, neue Noten. Denn er hat übernatürliche Dinge getan und macht sie weiter. Aus eigener Kraft, denn unerbüren natürlich ist seine Macht. Gott hat die Rettung. Er bringt wirklich allen gezeigt. Seine Korrektheit hat er denen klar gemacht, die ihn verneinen. Er hat sich erinnert, dass er Israel treu und genetisch bleibt. Die ganze Welt soll die Rettung Gottes sehen, denn es wird Zeit. Jubelt Gott zu und singt ihm einfach nur die derbsten Lieder. Jubelt Gott zu und singt ihm einfach nur die derbsten Lieder. Feiert bis der Art kommst. Ey, bitte tut es von Herzen wieder. Schneidert für Gott die derbsten Beats, dicksten Bässe und tiefsten Klänge. Textet für ihn die besten Rhymes und die derbsten Freestyle-Bände. Selbst das Meer soll toben und alles, was darin lebt, ja. Die ganze Erde, alle Völker sollen geben, was geht, ja. Berge, Winde, Wälder sollen auch bitte laut in die Hände klatschen. Denn Gott kommt bald wieder, um der ganzen Welt ihr Gericht zu verpassen. Er wird für Gerechtigkeit sorgen auf der ganzen Erde, in jedem Volk. Jeder Mensch wird zurechtgewiesen, denn er ist schließlich immer noch Gott. Yeah, und das wird bleiben. Egal was noch kommt, ja. Der 98. Psalm und ich hoffe, er rockt, ja. Jaaa! Jaaa!